Herzlich willkommen, wenn ihr das erste Mal da seid. Willkommen zurück, wenn ihr schon wieder da seid. Es wird mal wieder Zeit für ein User-Fragen-Special. Wie immer habe ich mir die Fragen mittlerweile aufgeschrieben, weil ich keine Lust habe, durch die ganzen Kommentare zu scrollen. Das habe ich schon gemacht. Wir fangen an. Mario, kannst du mal nach Algorand für mich gucken? Jo, kann ich machen. Habe ich mir auf Tages- bis 15-Minuten-Basis angesehen. Wir sehen hier, diese grüne Linie war eine wunderschöne Long-Linie. Ein Auflagepunkt, zwei. Hier nochmal Rejected. Und was ist dann passiert? Genau, wir sind durchgebrochen. Hier haben wir einen Retest gekriegt, einen erneuten Retest und dann ging die wilde Fahrt ab. Was mache ich denn jetzt mit Algorand? Na ja, guckt euch das hier an. Das habe ich gerade schon eingezeichnet. Das sind 140% in zwei Tagen. Was soll ich denn jetzt noch damit machen? Das ist ein Monster-Move. Wir haben hier eine mega steil aufsteigende Linie, die ich eingezeichnet habe auf dem 15-Minuten-Chart. Das sieht jetzt hier, oder wenn ich so mache, ja, nicht so steil aus. Aber wenn ich natürlich rauszoome, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart, ist diese Linie vertikal. Ich wäre da schon raus. Wir haben diese Linie jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart auch nach unten hingebrochen. Testen diese gerade nach oben hinan. Mal sehen, was jetzt passiert. Ganz, ganz schlecht wäre es hier, diese Tagesbasis. Wir haben hier ein Auflagepunkt, zwei Auflagepunkt. Hier ist ein dritter Auflagepunkt, als sie durchgebrochen sind. Hier und natürlich auch weiter hinten habe ich gesehen. Hier. Erst noch Support durchgeflogen, dann Resistance. Diese Marke ist sehr, sehr wichtig. Das ist 1,80 Dollar. Wenn wir die nach unten hinbrechen, auf Tagesbasis wäre das für mich der allerspäteste Ausstiegspunkt aus diesem krassen Move. Aber das ist natürlich von hier oben bis hier schon relativ viel. Das wären 27 Prozent. Ich bin ganz ehrlich. Ich wäre aus dieser Nummer schon raus und würde mich über die Gewinne, die ich da gemacht hatte, freuen. Wie sieht es aus mit unseren guten alten Hatern? Ja, die Hater sind immer und überall da. Mittlerweile einfach Kopf zu drüber stehen. Leute, es ist sehr, sehr nett, wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise verteidigt, weil ihr diesen Kanal gut findet. Aber gebt diesem Trollen einfach, würde ich sagen, keinen Platz. Die werden es nie checken. Die werden auch wahrscheinlich zu nichts kommen. Von daher einfach ignorieren und beiseite lassen. Dann kriege ich im Moment unglaublich viele E-Mails. Wir sehen hier oben, ich habe 18 ungelesene E-Mails, unbeantwortete E-Mails. Leute, es ist total lieb und nett, dass ihr so viel wissen wollt. Ich kriege total viele E-Mails mit. Ich bin dankbar dafür, dass du da bist, dass du so viele Videos machst. Ich habe Geld gespart, ich habe Geld gewonnen. Aber natürlich auch Fragen. Ja, von wegen, ich habe vorher sehr, sehr viel Geld verloren. Kannst du mir helfen und so weiter. Da ist einfach im Moment so viel. Es kann es dauern, dass ich ein bisschen auf eure E-Mails antworte. Bitte seid mir da nicht böse. Aber es ist im Moment sehr, sehr viel geworden, worüber ich mich aber auch natürlich freue. Was haben wir als nächstes? Mario, tradest du mit Hebel? Sehr, sehr selten. Wirklich, ich trade mit Hebel, wenn mir ein Trade wirklich gut vorkommt. Wenn ich sicher bin, wenn ich, ja wirklich, ein richtig gutes Gefühl habe, das wäre hier gewesen. Oder bei der 36.5, wo ich gesagt habe, die werden wir retesten. Das war, ja, 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 wo war es? Weiß ich nicht mehr genau. Aber da habe ich euch gesagt, hey, wir werden die 36.5 retesten. Da bin ich auch long gegangen. Das haben wir auch hier, in Anführungsstrichen, hier war das, in unsere Statistik aufgenommen. Ausbruch, retest. Wenn ich hier so einen sicheren Trade habe oder den Ausbruch einer wichtigsten Linie im Kryptomarkt. Hier war noch einer. Dann sind das sehr, sehr safe Trades für mich. Und dann kann das natürlich auch mal sein, dass ich da einen Hebel reinpacke. Allerdings, ein maximaler Hebel, den ich jemals benutzt hatte, ist bei 10. Darüber, ja, gehe ich nicht. Das kann mir alles einfach viel zu schnell gehen, wenn ich mal ein paar Stunden nicht am PC sitze, dass mein Liquidation Point dann, ja, getriggert wird. Ich bin kein großer Fan von Hebel, ich mache das wirklich sehr, sehr selten. So, Mario. Wenn Bitcoin runter geht, dann geht doch die Alls runter und warum machst du denn dann überhaupt Analysen für die Alls? Warum nicht nur einfach für Bitcoin? Na, ganz einfach. Wir haben bei Ethereum, Litecoin und so weiter und so weiter natürlich ganz andere Punkte, die wir beachten müssen. Wir haben ganz andere, ja, Fibonacci-Level, ganz andere Trendlinien und wir sind jetzt hier, wir sind zwar ebenfalls bei Bitcoin unter zwei Linien. Wenn wir die nach oben hin brechen, haben wir auch hier einen Knotenpunkt, sage ich einfach mal, der befindet sich hier. Das gleiche haben wir bei Ethereum, allerdings ist der ein Stück höher. Und wir sind auch hier weiter unter irgendwelchen Linien, bei, äh, über irgendwelchen Linien. Wir sind jetzt hier bei Ethereum über dem 0618er Fib Retracement. Wir sind bei Bitcoin hier, ähm, wir sind bei Bitcoin hier unter einem Fib Retracement, ne? Nicht zu vergessen, sowas muss man irgendwie alles beachten, sowas, darauf muss man gucken. Und natürlich ist es so, dass wenn Bitcoin abschmiert, dass alles andere abschmiert. Aber es ist auch gut zu wissen, äh, dass Eurocoins heftiger korrigieren als Bitcoin. Na, wir haben jetzt hier bei Bitcoin ein Minus gehabt von 20%. Da sind andere Eurocoins um 35% abgeschmiert. Deswegen analysiere ich auch die anderen Coins und viele sind natürlich auch hier in XRP oder in Cardano investiert. Wir haben auch gerne mal, äh, ja, eine klare Ansage, eine klare Info dafür, was bei Ihrem Coin passiert und nicht halt nur bei Bitcoin. Mario, ähm, wie sieht's denn aus? Tradest du nur nach Preis oder wie sieht das aus mit Fundamental-Daten? Diese, ja, diese Frage habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gelesen und ich werde die jetzt auch noch einmal beantworten. Der Mario ist eigentlich ein ausschließlicher Preis-Trader. Ja, ich sehe hier alles, äh, was passiert. Ähm, auf Fundamental-Daten kann ich im Grunde genommen gar nicht reagieren. Wenn eine Fundamental-Date wirklich da ist, dann ist der Preis schon passiert. Es sei denn, ich drücke jetzt den ganzen Tag bei Elon Musk F5 zur Aktualisierung auf seinem Twitter-Account und warte darauf, dass er irgendwann mal sagt, ey, Bitcoin ist arsch. So, wenn er sagt, Bitcoin ist arsch, dann ist Bitcoin-Kurs auch arsch. Na, dann werden wir einen Dump sehen von 15%. Okay, dann knalle ich sofort den Short rein. Aber ansonsten ist für mich Fundamental-Daten-Trading relativ sinnlos. Wir sehen, ähm, El Salvador sagt, alles klar, hier, ähm, wir akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmethode. Okay, der Kurs sinkt. Ja, das hat, das hat alles nicht wirklich Einfluss, sag ich mal, auf mein Trading und hinterher danach zu suchen, warum was passiert ist. Oder, äh, ja, sag ich mal, viele YouTuber durchzugehen, um nach einer Erklärung zu suchen, warum wir hier einen Absturz hatten. Ob es Wale waren, ob es Manipulationen waren, ob es ein Blau war, ein Grün war, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, das interessiert ja auch niemanden, warum es so gewesen ist. Es ist passiert. Na, wir sind hier abgeschmiert um 19%. Okay, warum brauche ich denn jetzt eine Erklärung dafür, warum das Ganze passiert ist? Es liegt einfach in unserer menschlichen Natur, danach zu suchen, warum etwas passiert ist. Aber ist das jetzt noch wichtig? Die Nummer ist durch. Wer das gewesen ist, warum es gewesen ist, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Es ist passiert und wir müssten jetzt gucken, dass wir das Beste daraus machen. Ja, deswegen analysiere ich zum Beispiel auch die Zyklen vorher. Ich habe euch gesagt, ich bin hier long mit einem engen Stop-Loss, weil es passieren kann, dass wir die nächsten ein, zwei Wochen einen Absturz erleben. Okay, genau das ist passiert. War das jetzt Glück, dass das passiert ist? Ja, natürlich. Aber es war auch Vergleich von irgendwelchen Zyklen. Und ich habe jetzt nicht gesagt, okay, da kommt jetzt eine Fundamental-Analyse oder der Zehnte ist für Cardano oder irgendwas interessant. Nein, sondern ich habe das verglichen. Wenn ich nur nach Fundamental-Daten gehe, bin ich viel zu spät dran, außer ich aktuell aktualisiere den Twitter-Account alle drei Minuten. Deswegen, ich sehe hier anhand meiner Linien genau das Gleiche, was mir dann später einer sagt, ja, ist doch klar, dass das bis hier ging und warum wir hier gestoppt werden. Meine Linien oder die Linien, die wir hier zusammen einzeichnen, da fallen die Kurse ja sowieso drauf. Also ist das für mich relativ irrelevant und ich schrede eigentlich nicht nach Fundamental-Daten. Sowas juckt mich überhaupt nicht. Die Linien, die wir hier zusammen einzeichnen, die sind genauso gut wie jede Fundamental-Date. Also deswegen gehe ich nicht danach. Das waren erstmal alle Fragen, die ich in den Kommentaren gelesen habe, die ich so beantworten kann. Wer mir eine E-Mail schreibt, der muss leider im Moment ein paar, ja, vielleicht sogar Tage warten, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar für den Algorithmus. Und falls ihr kein Abonnenten seid, hinterlasst ein Abo und stellt gerne auch mal eine Frage in den Kommentaren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diesen Freitag und wir sehen uns nachher noch mal wieder zu einem Markt- und Rohstoff-Update.